das ist eigentlich kein ähm das klingt so als wenn es angreifen möchte hier ist eine wand ok sehr gut hört sich mittlerweile an als würde es von allen richtungen kommen da auch noch hier hat sich auch einiges verändert muss ich sagen hier geht es noch weiter runter na philip hast du deine knochen jetzt alle ich glaube da müssen wir auch hin so vielleicht sollte ich die hier erstmal ausrüsten was ich guck mal was hinter der tür 1 ok 50 ja genau kannst ja mal gucken ich guck mal mit mit gezückter flare gun falls da jemand gleich ist tatsächlich nämlich dann hört sich immer lauter an hier ist auch noch ein abgang ok guck mal was unten ist zeigt mir nur das seil ein aber nicht was drücken soll jetzt ja bei mir schlabbert der auch so hin und her eine molotov runter dürfen bis jetzt habe ich nichts gesehen ich bin jetzt erstmal sicherheit aber ich habe auch eine flare gun doch da ist jemand ja mit lauter armen ach nee brachchen die babys so wie wir ihn ganz sehen gar nicht kümmert sich einer hier um die babys meine rüstung ist kaputt ich kann nicht weg okay der ist da und der große stone und babys tut sehr gut eine video kamera gefunden das schon mal aber auch wurde verletzt okay durch irgendwas ja das sind diese babys die hier ein anspringen ich komme nicht weg so es hat eins getötet aber ja hier sind mehrere so wo kriegt denn da ist jetzt ist jetzt hat sich wieder angesprungen also ich also ganz ehrlich in wirklichkeit liebe ich ja kinder und 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 ich liebe babies aber hier in diesen spiel alter hier im spiel hat sich die lena man ist doch nur ein spiel nein man muss voll ernst ja genau marco muss mal gucken hier irgendwo in den in den bereich da müsste was liegen außer die video kamera und zwar ist das eine karte die hier liegen müsste eine schlüssel karte also ja die brauchst du ja moment in den vip bereich bekommen zu kommen so in etwa ja deswegen war der abgang hier sehr wichtig die videokamera gefunden ich auch das ist hier so ein bisschen versteckt also ich musste auch gucken ich habe die so nicht gesehen bei mir wurde nur dass er dann irgendwann angezeigt und jetzt habe ich aufgehoben und etwa denn die schlüsselkarte die haftet dann an deinen rucksack dran über also also schräg unter den federn hier genau wo ich hier stehe da hast ja ja genau genau hier ist er habe ich gut schlüsselkarte ja kann man von türen benutzen benutzt werden sehr gut dann hätten wartet schon mal hier über die leute zu laufen ist auch eine kunst krass war ja so hässliche so also philipp hast du ja geguckt immer aufgefallen sind großteils der frauen hier liegen ja ja stimmt wenn er sind runter vergraben war so unbedingt mal gespannt was wir noch finden weil die haben hier alles neu gemacht alles alles kaputt ich bin der mutige von uns allen ich schubst dich so so oh das war der schon ok kann man sich hier putzen ne gute frage ne schade Leider nicht. Fake. Oh, der ist ein bisschen dünn. Gut. Hier ist ein Koffer. Sehr gut. Mit Stoff drinne. Hier ist Tape drinne. Sehr gut. Bisschen Panzertape. Oh, hier will was. Hm, schön. Oh, jetzt höre ich auf. Oh. Bisschen Esslich aus. Sieht hier gar nichts. Das sind meine guten Freunde. Ah, was haben wir denn hier für ein Lager? Töchchen. 3, 4, 5, 6. Alter, Alter. Alter, Autogramme geht später. Rechner. Oh, und Babys. Okay, versuch die mal so ein bisschen zusammen zu treiben. Ich zünde gleich mal Dynamit. Wenn ich hier mit Dynamit. Wieder einer liegt. Dynamit. So gut, dann geht mal weg da. Oh, scheiße. Alle weg da, alle weg da. Achso, scheiße. Oh. Achtung. Wo ist er? Ich sehe nichts. Fuck. Warte, 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 warte. Ah, hier. Ich habe hier ein. Zwei Leute. Oh, ich bin gleich da ist down. Ich bin down. Ich bin down. Oh, danke. Jupp. Du bist down? Ne, ist alles gut. Mann, was mach ich denn mit denen da? Schnauze. Schnauze. Schnauze Tablette. Alter, was war das denn bitte, Leute? Du bist doch mal auch nicht so. Oh, ja. Auf jeden Fall. Ich gucke nicht hier mal so ein... Achso, hier liegt noch einer. Den hole ich mal schnell rüber. Ich glaube, ein paar konnte ich auch weg sprengen. Ja. Hier ist ein Baby. Wenn es sich nicht mehr bewegt, dann ist es in Ordnung. Na ja, ist auch okay. Also, hat sich nicht mehr bewegt. Ich dachte, ich kann es jetzt jetzt stückeln. So mal gucken. Im Spiel, nicht in Realität. Ja. Oh, hier liegt wieder Geld. Oh, wieder eine Dings. Ups. Oh, da lacht jemand. Hier liegt noch mehr Geld. Nice. Irgendwo hier in der Nähe ist noch einer. Münzen und Scheine. Und ne Uhr. Hier diese Dings hier wieder. Wenn du die wieder anschneidest. Wer kichert denn da hinten? Hör dich doch. Oh, die einheitvolle fette Rolex zum... Schnauze. Da. Hey. Da, ich seh nischt. Ich hab den Ausdauer mehr, deswegen schlägt er so langsam zu. Den nächsten erledigt. Okay. Ich hab den hier auch. Na, ähm, Philipp hier kommt noch. Oh, ich hab das ja erstmal. Ich hab das noch gemacht, das meiste. Er ruft damit. Die Knochen bin ich jetzt mal durch. Ihr könnt weder Hamburgs. Mhm. Gut. Du musst vor allem auch erstmal was trinken und essen. Für Ausdauer und bla. So. Dann gucken wir mal. So. Die Gesundheit und so bin ich auch schon durch. Ah, sorry. Wie immer. Ja. So, meine Rüstung sieht erstmal wieder ganz gut aus. Marco, wie ist das bei dir? Ich hab keine Rüstung mehr. Gut. Dann nehm dir mal die nächsten Knochen. Und bastel dir mal. So. Guck mal, was sagt in die Map eigentlich. Uh, hier sind wir. Ich hätte noch drei Knochen über. Wenn noch einer braucht. Also ich brauch gerade nicht. Okay. Moment. Das kann hier noch spannend werden. Mega geil. Ich hab jetzt erstmal zweimal Rüstung zusammen gebastelt. Sehr gut. Also ich hab noch drei Knochen über. Nö. Denn wenn den bräuchte ich nur noch drei, aber. Ach so. Ich hab jetzt meine ganzen verbraucht. Gut, gut. Ja. Da erstmal wieder zwei. Zwei Striche von. Zwei Striche von. Machen. Aber es sind hier alle die Wesen. Ja, ne. Zuhause wird, wenn es hier ein riesengroßes Lager gleich ist. Wo man so einige schöne Sachen finden kann. Aber auf jeden Fall liegt hier Geld. Tue schon mal gut. Ja, weil ich die Dings hier beschnitten habe. Hier hinten auch. In der Ecke, wo du noch nicht warst. Ach so. Ach so. Hier war ich schon, ja. So. Oh, hier geht's weiter. Mhm. Mhm. Jupp. Da haben wir die Freunde da eingeladen. Genau. Nicht eingeladen. Da haben wir grad die zwei nochmal massakriert. Wir wollten uns doch nur ne Scheibe abschneiden von denen. Ja, echt? Ja. Muss man nicht gleich so ausrasten. Richtig. Ja, gut. Hm, Fische. Yay. Fischi Fischi. Kein Tauchgerät. Nein. Fischi Fischi Fischi. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Ähm. Gott, wir brauchen unbedingt das Tauchgerät. Der Gerät. Mhm. Wir brauchen der Gerät. Mhm. Achso, okay. Ich bin hier grad drüben und hab ein Seil gefunden. Echt? Wo? Hier. Moment. Ich komm zurück. Ja. Ich auch. Hui. Oh! Ach. Geil. Da lach ein bisschen. Ja. Nicht so geil. Mhm. Mhm. Ich dachte, das ist einfach nur ein kleiner See. Okay, cool. Ja, dachte ich auch, aber... Hier ist aber kein Tauchgerät, ne? Nee, schade. Wenn man gut nachguckt, dann... Ja gut. Oh weia. Lachen, lachen. Quisha, Quisha. Und jemand ist ja außer Atem von euch. Ja, ich. Ja, ich. Warte, warte, warte. Mahlzeiit. Da sind sie. Da sind sie. Oh, und Babys. Oh Gott. Schnauze. Kann gar nichts... Kann gar nichts zuschlagen. Ja. Lass da runter. Sehr gut. Okay, der andere... Ach nee, der andere liegt hier hinten. Okay. Waren nur zwei, ne? Wollte ich da Knochen machen? Ja. Wollen wir der Knochen machen? oder? Also ich brauche nicht. Nö. Von mir aus können wir weiter. Gut, mach mal für mich. Schnell. Ja gut. Dann lass uns mal nicht allzu weit gehen, Philipp. Hm. Oh, okay. Okay, da würde ich vorschlagen, warten wir bis Marco so weit ist. Jo. Weil das könnte interessant werden da oben. Na, die Bretter sind immer ganz gut. Mhm. Ich bin echt gespannt, was du tippt heute. Was wir heute alles finden. Uhu. Ich hab ja so ein paar Hoffnungen. Ja. Ich hab noch ein Kind gefunden, was gelebt hat. Ach, per je. Also ich hab mich adoptiert, ja. Ja. Ah, schläft jetzt. Na sowas. Ja. So. Uhu. Juhu. Juhu. Frau Subia. Juhu. Na, wer kennt's noch? Juhu. Ja. Wer kennt das noch? Ich. Ich bin ein Egel. Genau. Das ist ja. Genau. Ein Herz und eine Seele. Ach ja, das war nach Zeiten. Mhm. Hab ich auch gern geguckt. Oh, ja. Am besten waren auch die richtig alten Folgen, die schwarz-weiß-Folgen. Die waren richtig gut. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, mit der Bohle oder sowas da war, der die Bohle gemacht hat und probiert hat. Ach, da, wo sich Alfred Tetzlaff denn die Fingernägel, äh, die Fingernägel, die Fußnägel schneid, ach nee, nee, das war eine Suppe oder so, ne, was er gemacht hat. Und da die ganzen Nägel immer renngeploppt sind. War so richtig, ey. Nee, er hat sich so eine Bohle oder so gemacht, so eine Sambuca-Bohle oder keine Ahnung. Aber doch eine Bohle, ja. Für Silvester. Ja, ja. Hat er sich die Füße da in, in, in dieser einen Schüssel der gewaschen, wo, äh, wo die Kartoffeln drin sind. Ja, stimmt. Alter. Hey, so geil. Da haben wir die Füße, ja, die müssen wir, äh, hat er, glaub ich, ne, hat er nicht Füße verbrannt oder so, aber. Er sieht die Füße gebadet. Schokolade. Oh, sehr gut. Ist doch Schokolade, Otto. Ja, ich bin voll. Ja, dann. Essen wir doch gleich mal. Schokolade. Siehst du, deine Freunde hättest du auch hier beraten können. Beereraten. Ja, echt ey. Und hier gibt's einen Topf, wenn die ich benutzen können, geil. Ja. Echt doof. Ja, da gibt's noch was anderes drin. Na bum. Das nicht da mal. Na bum. Ja. Das ist sehr gut. So drin. Dynamit. Ach. Ach, nee, Flares sind es. Ach, cool. Ähm, aber ich speichere mal vorher. Äh, da könnte ruckeln. Oh. So, ich mit der Video-Kamera. Ähm, du findest nach und nach Filme, die kannst du dir angucken. Das sind so Hinweise. Äh, mann ja nicht erschrecken, wenn du dir jetzt hier kommst. Bola 8 Dollar. Okay. Oh, ich hab hier eine, ich hab hier eine, ich hab hier eine gefunden. Warte mal. Ja, okay. Oh, ich guck mir gerade ein Filmchen an. Okay, na warte mal, mach ich auch mal. Dann hab ich bestimmt auch nicht mehr. Ich glaub ich gegessen haben, oder so. Meinst du mal, sag mal, was mach ich denn hier? Für ein Blödsinn. Ja, zurückspulen. Ach ja, ich hab ja auch zwei. Guck mal an. Lunch. Ich seh gerade ein Kind im Rollstuhl. Dann gucken wir doch mal. Also bis zum Schluss des Videos. Ein Helikopter? Ach ja, stimmt ja. So, und jetzt guck ich diese andere. Ja, jetzt. Habe ich gesehen, ja. Wegen dem Schrupp da. Oh, nein. So. Aha, okay, was soll man darauf jetzt so sehen? Mal gucken. Guck mir das Video auch gerade an, warte mal. Äh, okay. Okay, die haben da eine Festung gefunden. Also die sind an irgendeiner Festung vorbeigeflogen irgendwie. Mal gucken, ob sie hier was nachgepatcht haben. Ob man hier jetzt in irgendwelche Festungen eindringen kann. Das wär cool. Das wär mega nice. Eine Festung, ja. Oh, das war ne. Ein Fledergargel. Ja, wollte ich kurz sagen. Fleder, Flederratte. Noch Fledermels. So. Oh, ab durch die Spalte. Oh, ich bin schon wieder hungrig, ey. Was soll denn, bitte? Die Freiheit. So, das habe ich gegessen. Äh, habe ich was zu essen mal. Oh, schau, wo sind wir denn hier? Wir sind frei. Wir sind frei. Oh, es ist... Yippie-kai, motherfucker. Ach, hier sind wir alles klar. Hm, okay. Ach, hier. Hier ist doch Medizin, die haben wir jetzt hier gebraucht. Hm, zur Zeit glaube ich nicht. Nee, ich bin frei. Ich brauche, ich brauche. Bei den Kuffern, die draußen. Ja, ich erscheine. Oh, hier ist, hier ist, äh, Stoff. Haben Sie auch Stoff? Hm, sehr gut. Haben Sie auch Stoff? Wir, wir folgen der Stoffspur. Ein Stoff. Ein Stoff. Wo ist Medizin? Bei Philipp. In deinem Kuffern, besuch, besuch. Oh, ja, ich sehe schon. Drei sind es. Gleich nicht mehr. Für jeden einen. Schnauze. Alter, bist du behindert? Oh. Von hinten ist Hunde-Steuern-Zahlen, ja? Also, wie ist das? Ja, ja, das machen sie sehr gerne hier. Oh, mich greifen gerade zwei Stück ein. Okay, warte mal, ich komme zu dir rüber. Ich bin gleich down. Bin der eine mich, jetzt bin ich down. Ich wollte gerade Medizin hier. Das hängt nicht. Jötig, heile dich mal. Heile, heile. Heile, heile. Okay, beide sind Sauen. Ja. Ups, ich wollte gar nicht raus. Ist alles kaputt. Hilfe, Hilfe, kaputt. Witze. Aber ich würde vorschlagen, wir... Also, die nicht Medizin noch, wenn einer gebraucht. Ja, wo... Also, ich brauche nicht... Wo ich bin gerade. Naja, das sind halt ich ja auch gefragt worden. Also, ich würde sagen, wir gehen auch nicht allzu weit vom Loch weg. Hier. Direkt vor mir. Ich sehe keine. Ne, ich auch nicht. Bei mir liegt da auch keiner. Ja, weil meine, gebe ich die von mir mal einen. Hallo, Leuch. Ja, Leuche. Opsa. Marco, hier. Immer. Hüllst du das jetzt bei mir? Na hier, wenn man die Schlüssel, was ich hier gebe, hast du ja gut. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht schön. Ach, scheiben ohne. Ich... Hm, na. So. Bei mir ruckelt es jetzt... Ganz schön. Oh, das ist es mir nicht schlecht. Aber bei mir ist es zu trinken. Trinken habe ich noch ein paar Cola, das Problem. Okay, ja gut. Bei mir ist es zu trinken. Also, ich glaube, ich habe jetzt gerade die letzte Cola genommen. Sind wir noch... Ich habe noch... Und ich gebe auch. Ja, ja. Ich würde nur ganz gerne, äh, wieder zurück in die Höhle. Weil ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwas übersehen haben. Und dass es da noch weitergeht. Die ist nun mal schon schwerer. Aber ich mache mal ganz kurz. Ja, habe ich. Was lange auf einmal machen? So. Toll, jetzt wird es Tag. Gleich alle Rufi schmissen. Aha. Ähm, man lässt den markieren, die Höhleeingang? Natürlich, habe ich vorher gemacht. Ja, kann ich machen. Bei vorne irgendwo, ne? Ja, ich glaube, ich sehe den. Boah, das rufelt aber ganz schön stark jetzt bei mir. Echt, ja? Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, ich habe ja noch ein trockenes Bein. Okay. Hä? Bei dir was jetzt? Da? Das ist los. Nichts weiter sagen. Oh, jetzt ist er weg. So, welche Farbe machen wir die denn? Grün oder lila, rot? Rot würde ich sagen, rot, ja. Ähm, haben wir ein Hauswartrotes? Ja, wir haben schon ein Hauswartrotes. Ja, die Fahnen werden doch anders angezeigt. Ja. Na gut, dann lasse ich es auf rot. Was mache ich denn hier? Sechste. Also, ich habe jetzt noch fünf Knochen über, wenn einer noch braucht. Ich habe noch drei über. Na gut. Nein, da brauchst du noch ein Loch. Ähm, ich brauche eigentlich zurzeit nicht, nee. Erstmal noch schnell ein Snickers. So. War hier nicht ein See? Keiner? Ähm, ja, da vorne, wo Philipp ist. Wir sind hier übrigens, wenn ich mich nicht täusche, ganz in der Nähe vom Loch. Ne? Aha. Von unserer Lochbasis. Kann man hier nicht trinken? Kann man. Könnte gut sein, dass man hier trinken kann. Oh, hier unten ist kleines Dorf. Ja, ja, genau. Und wenn du da weiter gehst, dann müsstest du, äh, dahinter direkt das Loch haben. Bitte, bitte einen Topf. Nein. Nein. Guck mal dahinter. Dahinter müsste noch ein Zeltplatz sein. Aber hier unten gibt es Cola. Okay, ich komme runter. Wie wir alle höllhörig werden. Ja. Zeltet uns jetzt ja auch, ein bisschen mit Alkohol. Ja, das ist aber noch ein Hölleingang. Ja, ja, hier ist ein, äh, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist ein Besucher. Kennt schon, äh, kennt schon, sag ich schon, ich hör schon. Er hat sich hinterm Baum versteckt. Haha. Okay, bis jetzt finde ich hier nur, ähm, Heilkobel oder so. Was denn du Cola ist denn, sag mal. Hier vorne, Moment, vorn. Hier so, man muss die einmal liegen von dem Lagerfeuer, muss man rum, da lag die. Ne, ich höre hier ein paar fliegen, aber, oh, ach du Scheiße. Muschi, Muschi, Muschi. Muschi ist da, alles klar. Gut, wir sollten uns, äh, ja, so langsam mit der Story beeilen. Weil wenn die jetzt schon rauskommen, na, dann schönen Dank. Obwohl, wir haben die, wir haben die ja schon einmal gesehen, ne, letztens. Mhm. Weg dann mit den Scheiß. Was tut ihr? Ein Vogel. Mein Nitz hier. Allerleucht. Allerleucht. Ich habe gerade Kapitän, das ist nicht, die geht trotzdem wiederum alles, konnte nicht sein. Naja. Irgendwann halten die auch nicht mehr so richtig vor.